Willst du noch zwei, drei Fragen stellen? Warum nicht? Warum nicht? Wo bist du? Ich bin von Romazon in der Nähe. Okay. Und was studierst du? Ich bin noch im Assessment. Noch im Assessment? Genau. Was ist das Ziel? Was willst du studieren? BWL. BWL? Ja. Du siehst für mich eher aus wie ein klassischer HSG-Student als andere, die ich hier sehe. Ja. Was ist denn für dich ein klassischer HSG-Student? Ja eben. Also du siehst zum Beispiel mal hier Ralph Lauren Schuhe. Und äh, sehr, ich sage jetzt mal auffällige Sonnenbrille. Ja, ich glaube hier an der HSG muss ein bisschen so rumlaufen, oder? Ist ein bisschen auffällig. Aber hier probieren sie sich ein bisschen anzupassen. Ich sage jetzt mal, man kleidet sich hier einfach ein bisschen edel oder so. Ach so. Im Vergleich zum normalen Folge sage ich mal, hat man ein bisschen Markenkleider an und so. Und ja. Was ist für dich das normale Folge? Ja. Die Arme. Ja, nein. Das ist jetzt ein bisschen hart ausdrücklich, wenn man sagt, die Arme. Aber ich sage jetzt einfach mal, da an der Uni laufen die Kliniken anders herum, als jetzt in der Städte oder so. AH, es gehen. ASG Du bist viel mehr als dies stinks. Du bist viel mehr als dies Klischee.